Moin Bierfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich grüße euch. Ich hoffe es geht euch gut, denn heute, Freunde, heute geht es in den Dschungel. Ja, Green Hell. Wir spielen Green Hell im Überlebensmodus. Wir sind also soeben im Dschungel gestrandet und kämpfen hier erbarmungslos gegen die grüne Hölle an. Wir wollen überleben und ja, ich bin gespannt, was passiert. Spiel bis dato ungespielt und deswegen freue ich mich jetzt auf eine spannende Runde. In dem Sinne, viel Spaß, los geht's! Und hier sind wir, Freunde, verlassen irgendwo im Dschungel. Ich kann euch nicht sagen, ob gerade Tag oder Nacht ist. Das ist, wie gesagt, nicht bekannt. Aber hier vorne ist Wasser und grundsätzlich ist Wasser, glaube ich, die beste Ressource. Also wir rücken erst mal vor. Hier ist auch irgendwie ein Camp oder so. Oh, hier sind Larven, die wir später vielleicht mitnehmen. Vielleicht wohnt hier noch jemand. Boot ist leider kaputt. Hier sind irgendwelche Sachen. Ein Auto-Rücksitz. Okay, das kann ich mir auf jeden Fall merken. Hier ist die Fische. Wir haben eine rostige Axt gefunden. Sehr gut. Das Schrott hier. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber grundsätzlich würde ich sagen, ist dieser Ort hier erst mal überlebenswert. Ich meine, wir sitzen hier im Trockenen und so. Alles klar dann. Okay. Das nächste ist, die grundlegenden Bedürfnisse decken. Ich weiß nicht, können wir hier mit einem Baum füllen? Ja, was ist denn hier los? So. Noch ein bisschen Ressourcen sammeln. Ja, das ist natürlich clever. So. Bevor wir jetzt diesen Baum hier, bevor wir da die Palmblätter weiterholen, nehmen wir den Holzscheit. Freunde, wir brauchen auf jeden Fall ein Feuer. Kann man hier oben ein Feuer? Wir machen hier drinnen Feuer. Jawohl. Das hier ist doch schon eine Feuerstelle. Die ist perfekt dafür geeignet. Hier ist ein Feuerbrett. Packe ich mal hier drüben hin. Achso, das habe ich jetzt in der Hand, glaube ich. Kann man denn Kohle mitnehmen? Na, das werden wir herausfinden. Okay, okay, weiter, weiter, weiter. Aber die Axt zu haben, ist erstmal eine beruhigende Sache. Den kriege ich hier anscheinend nicht gefällt. Den auch nicht. Oh Gott, Freunde, ich bin so aufgeregt. Ich habe keine Ahnung von dem, was hier passiert. Ja, wie spielen wir? Wir spielen im Überlebensmodus, falls das noch nicht bekannt ist. Das bedeutet, es gibt im Grunde genommen keine größere Story. Ja, aber wir... Wir haben einfach den Auftrag und den Drang, hier entsprechend zu überleben. So, und da es hier vorne Wasser gibt, ist das persönlich für mich erstmal ein guter Platz. Gucken wir doch mal hier rein. Wir haben vier Stöcker. Lassen wir herausfinden, wie das geht. Tagebuch, so. Wir brauchen einen Stock. Oder ein Feuerbrett und einen kleinen Stock. Das haben wir doch. Also. Stock. So ist das andere Ding. Feuerbrett. Die Dinger können nicht kombiniert werden. Was ist das denn? Okay. Wasser ist wahrscheinlich... Irgendwas ist das hier. Irgendwas am Behälter oder so. Ich bin ja der Meinung, grundsätzlich... Oh, hier ist ein Frosch. Wir wollen, komm. Den fangen wir doch nie so. Ja, jawohl, Freunde. Den packen wir mal ein. Lebensmittel zu finden ist ja immer... Oh, da ist ein blauer Frosch. Ich weiß ja nicht. Ich habe genügend Bill Grylls gesehen und bin der Meinung, so Frösche in blau und gelb und rot und grün und so, die lassen wir mal lieber links liegen. Die sind... Die sind... Alter, hier sind viele Frösche. Die sind in der Regel nämlich giftig. So, aber es muss doch irgendwie... Die Karte haben wir noch nicht. Wie gesagt, wir haben hier einen Unterschlupf. Der ist ja wohl allerbest dafür geeignet, um... Erstmal hier zu verweilen. Ich meine, hier sieht es aus, als wäre hier Zivilisation schon mal gewesen. Ja, und deswegen bleiben wir erstmal hier. Ich möchte als erstes ein Feuer machen. Frösche gibt es hier auch. So, gucken wir nochmal an. Die töte... Der hat rote Körper hier drin einfach so reingeworfen. Okay, das funktioniert immer noch nicht. Ich muss doch irgendwie hier... Das Ding ablegen können. So. Jetzt nehme ich mir einen Stock in die Hand. Ah, hier ist ein Feuersymbol. Nein, nein, nein. Okay, alles wieder einpacken. Das Stück Holz lassen wir mal hier. Dann gehen wir nochmal gucken, dass wir noch ein bisschen mehr Materialien erstmal bekommen. Bleiben wir erstmal an der Küste, Freunde. Ich glaube, das ist immer noch am sichersten. Weil mit Dschungel besteht die Gefahr, dass wir uns verlaufen, natürlich. Und, ähm... Ja. Dann gucken wir doch mal, was... Der ist... Das Ding müssen wir noch... Ah, den können wir auf jeden Fall fällen. Baum fällt! So, Freunde. Es regnet. Und guckt euch an, wie das aussieht. Hammer. Plötzlich ist auch der Boden nass und alles erglänzt. Das ist faszinierend. Ich bin gespannt, ob man jetzt auch nass wird als Charakter und das irgendwie dann kälter wird. Et cetera, et cetera. Haaren wieder Dinge. So, Freunde. Das Ding lassen wir hier hin. Und auch die Soundkulisse. Hammer. So, hier haben wir das. Hier haben wir das. Anscheinend muss man auch immer so seinen Körper untersuchen. Ob man nicht irgendwie Parasiten, Blutegel oder ähnliches mit sich herumführt. Haben wir alles nicht. Ist alles gut. Und während es regnet, können wir nochmal ins Tagebuch gucken. Oh, warte mal. Ich muss das anklicken. Aha. Jetzt wird das dann. So. Nein. Nein. Kleine Stücke. Das bedeutet, wenn ich da nochmal drauf haue, habe ich einen kleinen Stock. Alles klar. So. Wo habe ich mein ganzes Holz? Wir machen erst mal ein Feuer. Eigentlich soll ich die Dinger gleich kaputt hauen hier. Wow, dieser kleine Punkt, den man hier sieht im Bildschirm, der ist letztendlich nur dafür da, dass man weiß, wo man hinguckt. Aber das ist nicht da, wo die Axt zum Beispiel hinschlägt. Das muss man also genau time in den Abstand erkennen. Okay. Das sind so Erkenntnisse, Freunde. Da freut man sich, wenn man hier im Überlebenskampf das wahrnimmt. Ich brauche noch einen kleinen Baum. Ich hoffe, der wächst hier wieder nach. Nicht, dass es heißt, wir roden hier den Wald. Da sehe ich Baumfeld. Ich fühle mich so ein bisschen wie Tom Hanks in Castaway. Nur, dass wir hier nicht auf einer Insel gestrahlt sind, sondern halt irgendwo im Dschungel von Brasilien vielleicht. Wichtig ist erst mal Materialien haben, das ist meine Meinung, so dass wir die wichtigen Dinge befriedigen können. Das heißt, trinken, essen. Das ist ja gut, durchabwenden. Feuerbrett. So. Hier läuft doch wieder irgendein Tier durch die Gegend. Ein Stock fehlt noch. Wer ist da? Ein faul Tier oder so, keine Ahnung. Kümmern wir uns später. Papageien sind auch hier, ob man die essen kann. Ich hoffe nur, dass diese rostige Axt nicht irgendwann den Geist aufgibt. Das wäre ziemlich frustrierend. Baum fällt. Gut, dass der direkt inhaltliche Stöcke auseinander fällt, das ist immer sehr schön. So langer Stock, Stock. Ach, ich kann gerade nichts mitnehmen. Ja, es nimmt zumindest Form an, was das Feuer betrifft. Da bin ich gespannt, ob wir das dann noch ankriegen. Noch brauchen wir es nicht. Ich meine, das Wetter ist noch in Ordnung und die Nacht ist noch nicht hereingebrochen. Aber man muss ja vorbereitet sein. So, jetzt kriegen wir das Feuer auf jeden Fall an. Zumindest aufgebaut. Okay, wir sollen Ich habe hier ein Feuerbrett. Das ist mein Journal. Ein Wasserfilter ist das. Ja, alles klar. Da ist die ganzen Baumöglichkeiten, die wir haben. Okay, hier sind meine Notizen. Es gibt Tabakblätter. Tabakblätter. Und wir haben unbekannte Pilze wahrgenommen. Mengen Elemente. Oh, da muss ich mal nochmal rauf gucken. Okay. Holy shit. Feuer machen. Das ist gerade langsam Nacht. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall dringend dann ein Feuerchen. Ja, wie? Wie mache ich denn? Scheiße. Okay, es sieht aus, als würde es auf jeden Fall gerade Nacht werden. Gehen wir mal die Steuerung durch. Oh, Frames sehen gut aus. Hier gerade die Steuerung. Oh, hier haben wir die. Es ist 16.20 Uhr, Freitag, 16. Dezember. Moin. Okay, das kann man auf jeden Fall nicht weiter zerstören. Und wir brauchen noch was zum Glutmachen. Da hinten sind dünnere Bäume. So, Bananenblätter. Okay. Keine Gegenstände zum Feuer machen. Regnet wie Sau hier gerade. Aber hier gibt es einen Wasserfilter. Wasserfilter. Okay, es gibt hier auf jeden Fall einen Wasserfilter und der füllt sich, so wie es aussieht. Vielleicht kann man das Ding dann nachher gleich trinken. Jetzt gleich, wenn der Regen aufgehört hat. Denn, das wäre mal nichts verkehrt. Welche Tasse war denn jetzt die Uhr? AG wie Uhr. 17.20 Uhr schon. Jetzt noch irgendeinen Pilz. Wir nehmen erstmal noch ein bisschen Holz. Also wir haben halt, so wie es aussieht, die besten Startbedingungen. Ich meine, wir leben oder wir sind irgendwie gestrandet irgendwo an einem Fluss. Hier gibt es zivilisierte Konstruktionen. Also das wird ja jemanden gebaut haben, der jetzt nicht unbedingt irgendwie einfach nur im Busch liegt. Wie kann ich das Ding denn nutzen? Vielleicht erst, wenn er voll ist. So ein Papagei, den snacken wir nachher auch nochmal. Kann ich Bananenblätter noch kleiner machen? Ja, ich weiß, es ist gerade anstrengend. Und wenn das jetzt nicht anders geht, dann snack ich hier gleich Handbohrer herstellen. Dann snack ich hier gleich so einen rohen Frosch, Freunde. Ach, wo ist er hin? Boah, es wird ja gerade saudunkel hier. Vogelnest. Habe ich ein Vogelnest schon gefunden? Oder Blätter aus dem Rucksack? Ich habe keine Blätter. Oh, falscher Button, Freunde. Das tut mir leid. Scheiße. Wir haben doch Bananenblätter. Wo ist das? Ich habe da doch gerade was raschern gehört. Oh Gott, Freunde. Wir müssen dieses blöde Feuer ankriegen. Nützt nichts. Okay, zerstören bedeutet nicht, dass man es aufsammelt, sondern lediglich zerstört. Okay. Wir werden nochmal in den Dschungel gehen müssen, Freunde. Es nützt nichts. Wir brauchen irgendwie Vogelnest oder was auch immer. Vielleicht haben wir hier die... Wir haben einen kleinen Blätterhaufen. Reicht das, um Blut zu machen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Wir brauchen hier ganz dringend ein Feuer. Ganz dringend. So, komm her. Nutzen. So, Ziel. Auf ein Feuerzeug. Was ist der Feuerzeugplatz? Was zum Teufel ist der Feuerzeugplatz, ey? Da ist auf jeden Fall irgendwas im Busch, Freunde. Und ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Ja, ich weiß, wir trinken jetzt einfach. Schmutziges Wasser. Ja, moin. Okay. Es wird eine... Also, wir werden jetzt erstmal eine Runde schlafen hier, in der Hoffnung, dass wir ein bisschen Kraft sammeln. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Es war an sich eine lange Nacht. Komm, 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 komm. So, Freunde, jetzt brauchen wir aber... Wir müssen das Feuer machen hier immer noch. Und wir brauchen vor allem die... Was ist denn hier mit dem Filter? Hat doch so einen komischen... Okay. Okay, wir machen weiter. Wir sind auf der Suche nach Blättern oder Ähnlichem. Und nach eigentlich allem, was wir gebrauchen können. Wir haben auf jeden Fall die erste Nacht im Dschungel überlebt. Wir haben eine Lebensmittelvergiftung. Ja, ich weiß, ich bin auch lustig. Wir haben hier noch einen hoffen Pilze. Also, wenn nichts geht, Freunde, dann gönnen wir uns heute mal ein paar Pilze. Es ist, wie es ist. Das ist ja... Leben in der Lage heißt es so schön. 17. Dezember, 6 Uhr 43. Holy shit, habt ihr das rasch hören gehört? Aber Regen ist gut, dann ist hoffentlich gleich der Wasserfilter. So, ganz viele Palmenblätter erstmal sammeln. Vielleicht können wir das Dach damit machen. Ja, ich musste einen Drink benutzen. Ja. Ja. Oh, wir haben einen Blutegel. Ach du Scheiße. Scheiß Viecher. Okay, also dieser Wasserfilter ist auf jeden Fall ja irgendwie... Oh, was macht der denn hier? Füllt sich, aber... Klär mir mal einer, warum... ...da nichts geht. Oh, ich glaube, die Achse ist gerade kaputt gegangen. Scheiße, Freunde. Wir haben gerade unsere Axt verloren, die ist anscheinend kaputt gebrochen. Gott, ich bin zufrieden. Hier sind auch noch Bierflaschen, nimm doch die einfach rein. Hier sind auch noch Bierflaschen, nimm doch die einfach rein. Ich glaube, ich bin zufrieden. Okay. Okay wir brauchen so dringend was zu trinken. Der Typ geht sonst kaputt. Aus diesem stehenden Wasser trinken wir nicht. Durchfall Freunde, auf den Durchfall. Nützt ja nichts. Also noch mehr Pilze. Wir wissen nicht wie sie wirken. Ich hoffe es sind sowas wie Champignons. Aber vermutlich nicht. Gott, ich bin so wütend. Ich will noch keinen Pilz essen. Ich traue mich nicht. Okay, die haben wir natürlich keine Angst vor Menschen. Hm? Ich bin so wütend. Hier ist eine Schildkröte. Sorry Kumpel. Oh wir haben ein Vogelnest. Okay wir haben auf jeden Fall ein Vogelnest gefunden Freunde. Damit kriegen wir das Feuer an. Holy shit, das ist gut. Holy shit, das ist gut. Hungry. Ja, ich weiß Kumpel. Apfelschneggels. Wollen wir die essen? Die ist ein Krebs. Fuck. Also es geht uns richtig, richtig übel. So gut wie nichts gegessen. Nur dreckiges Wasser gerade getrunken. Das ist nicht cool. Nein, wir nehmen auf jeden Fall dieses Ding mit. Okay. Okay, jetzt machen wir aber ein Feuer Freunde. Wir brauchen das Feuer. Benutzen. Ziehe ein Vogelnest oder trockene Blätter aus dem Rucksack auf den Feuerwerkzeugplatz, um Feuer zu machen. Oh, was ist mit ihm? Ach Gott, er ist ohnmächtig. Scheiße. Ja, guten Morgen ey. Wo ist das Vogelnest? Hier. Shit! Was ist jetzt damit passiert? Komm schon, wir brauchen das Feuer ey. Komm schon, wir brauchen das Feuer ey. Komm schon, wir brauchen das Feuer ey. Shit! Ich zieh mir jetzt den scheiß Pfauenbarsch. So rein. Das ist ja wie so schön. Ja, das ist egal. Die Schnecke haben wir uns auch nochmal gegönnt. Scheint, als hätte er nicht genügend Energie, um das Feuer zu machen. Und dann würde ich sagen, legen wir uns nochmal hin und schlafen eine Stunde oder so. Gott, 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 Gott. Oh nicht. Ich meinst mich sehr grob. Ich habe Feuer gemacht. Ich habe Feuer gemacht Freunde. Oh. Ach, so ein Feuer ist doch gleich was Schönes, Freunde. Gucken, ob man diese Pilze dann auch essen kann. Okay, es war auf jeden Fall jetzt nicht so, dass er angefangen hat zu leiden. Ja, ist alles gut. Wir haben noch nichts getrunken, aber mit einem Feuer... Oh, Freunde. Ich weiß, wie Tom Hanks sich gefühlt hat, als er bei Castaway das Feuer gemacht hat. Wahnsinn. Ich bin wieder Hungry bis nach Meppen. So. Oh, Gott. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm! Aber hier ist schon wieder ein Fisch, Freunde. Und das Feuer ist aus. Das verkackte Feuer ist aus. Waren das gerade Halluzinationen aufgrund des Genusses ganz hervorragender unbekannter Pilze? Was ist das da drüben für ein Licht? Oh, das ist dein Haus, das grüne Helle. Ich weiß was das ist. Was ist das Spooky? Ich kann mich nicht sehen. Sehr gut. Nein, wir geben nicht ab. Hör auf. Ich bin nicht schade. Nein, ich werde es nicht schade. Das ist sehr schade. Ich werde es nicht schade sein. Alter, hat er Halluzinationen. Und Fieber haben wir anscheinend auch. Wir haben einen Haufen Parasiten. Freunde da drüben ist einer. Da drüben ist einer. Ist mit ihm. Vielleicht, vielleicht will der mich retten. Ich weiß es nicht. Wir gehen da mal rüber. Ich bin ein Haufen Parasiten. Du, 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 du. Okay, okay. Du bist ein Haufen Parasiten. Geh, 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 geh! Geh, geh, geh! Wo ist er hin? Oh, oh, oh. Ich kann es nicht so schnell! Okay, okay, ich bin ein Haufen Parasiten. Ich kann es nicht. Okay, dieser Ort ist vielleicht nicht der sicherste. Ja, komm, wir gönnen uns einfach ein paar unbekannte Pilze. Auf dem Rausch, Freunde. Klar machen wir das, ey. Wir sind hier am... Wir werden nicht zurückkommen. 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 Wir werden zurückkommen. Wir kommen nach Hause. Wir werden zurückkommen. 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 Verstehen Sie sich trinken. Sie lassen sich das alles heruntergeben. Ich habe noch nicht meinen Geist verliebt. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich bin so lang. Ich bin so lang. Ich habe mich seit einem so lang. Wie lange hier oben noch... ...machen wollen, ey. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Der sieht schon nicht gut aus, wir gehen jetzt einfach in den Dschungel, Freunde. Komm schon, haltet durch. Er wird richtig verrückt gerade. Haben wir denn noch irgendwas, was wir hier... Oh Gott, es ist brutal, Freunde, brutal. Wir sind am Limit. Wenn es jetzt nicht frisches Wasser irgendwo gibt, trinkbares Wasser, dann sehe ich schwarz für unseren Helden. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, er kippt doch nicht im Wasser oben. Fuck. Freunde, was ein Hardcore-Survival-Game. Hammer. Geile Grafik, geiles Gameplay. Ich habe leider noch wenig Ahnung davon, muss ich gestehen. Deswegen war das jetzt echt eine Erfahrung. Holy shit, Freunde. Ja, wir haben insgesamt zwei Tage überlebt, sind 2,3 Kilometer gereist und haben uns fünfmal übergeben. Das ist natürlich nicht schön. In dem Sinne, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Survive the Green Hell. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen ruhigen Tag. Denkt dran, Freunde, immer schön sauberes Wasser trinken. Cheers! two three drei drei fünf 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 Bis zum nächsten Mal.